Ja, heute noch einmal das gleiche Thema wie gestern, die 56%-Frage. Sind meine Reformkonzepte oder meine gesamte Weltanschauung die Folge von Irrtümern, besonders vorteilbringenden Irrtümern, auch von Sparten, also Gesellschaftsteilen, besonders auch meiner eigenen Sparte, in der ich mein Geld verdiene? Diese Frage sollten sich jeder, der ein guter Politiker sein will, also die entscheidende Ausbildung für Politiker, die gute Politiker werden wollen und sein wollen, ist genau das. Nämlich das ist ja im Prinzip eine VIAT, eine vorteilbringende Irrtümer Abbautherapie, nämlich dass man die anderen in der Partei fragt, Liebe Leute, was meint ihr? Könnten meine Reformvorstellungen die Folge von vorteilbringenden Irrtümern anderer Sparten sein oder auch von vorteilbringenden Irrtümern meiner eigenen Sparte sein? Neige ich also dazu, Reformen zu befürworten, die mir Profit bringen oder anderen Sparten Profit bringen, aber den Wählerinnen schaden? Das ist die Schlüsselfrage von allen. Und wir haben uns so ein bisschen gedrückt davor, diese Schlüsselfrage so ins Zentrum zu rücken, aber wir sehen, es geht nicht anders. Das heißt, auch gestern wieder in einer Talkrunde, die wir nicht leiten, sonst hätten wir die beleidigende Person schon entfernt sozusagen und rausgeschmissen, durch den Rausschmeißen-Knopf bei den Talksystemen. Aber es ist einfach so, dass in Talkrunden, die wir nicht leiten, immer wieder die Tendenz aufkommt, dass, wenn jemand ein anderes Weltbild neben das eigene stellt, dass dann nicht mehr die Frage Wahrheit, Begründung, Beweise, Belege, Argumente zählt, sondern nur noch, wie kann ich draufschlagen, ohne Argumente, ohne Wissen, ohne Bildung, egal was, einfach nur draufschlagen und beleidigen, um andere Weltsichten zu zerstören. Und dazu hat uns unser bösartiger Raubtierkapitalismus aufgesetzt, nämlich aufgehetzt, nämlich sozusagen zur Unfähigkeit zu ertragen, dass andere eine andere Weltsicht haben und andere Berichte aus der Wissenschaft gehört haben und wahrgenommen haben. Und ja, hier unten rechts an dem rundlichen Ding, bitte die Wunschgeschwindigkeit bei jeder Sendung immer einstellen im Internetfernsehen. Ja, also das ist die Kernfrage, also in Zukunft werden wir uns vor dieser Schlüsselfrage nicht mehr drücken, weil wir sehen, wir kommen sonst nicht weiter, sondern wir müssen unsere Talkgäste anregen. Bitte öffnen Sie sich für diese Frage. Sind meine eigenen Weltanschauungen eventuell einfach die Folge der Gehirnwäsche durch vorteilbringende Irrtümer verschiedenster Sparten der Gesellschaft und sind dem entsprechend nicht Wahrheit, sondern Irrtum? Und ganz besonders sozusagen sollten wir unsere Talkgäste anregen, sozusagen die anderen zu bitten, bitte sagt mir, wo meine Weltanschauung und meine Reformkonzepte aus vorteilbringenden Irrtümern anderer Sparten oder meiner eigenen Sparte bestehen könnten, wodurch sie dann eben den Wählerinnen schaden würden, aber den Sparten nutzen würden. Ich sage es nochmal ganz klar hart, die Welt braucht keine neue Partei, in der Spartenpolitik betrieben wird, nämlich irgendwelche Berufsstände, profitfördernde Reformen durchsetzen, also quasi eine solche Partei ist ja nichts anderes als eine Lobbyistenpartei. Ja, denn jeder, der voll ist von vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten, besonders der eigenen Sparte, ist ja nichts anderes als ein Lobbyist dieser Sparten. Und wir brauchen keine neue Pseudo-basisdemokratische Partei, in der lauter Lobbyisten am Werk sind und sozusagen für Sparten finanzielle Vorteile auf Kosten von Ihnen, liebe Wählerinnen, zu erschleichen oder zu bewirken. Außerdem haben wir genügend von diesen Lobbyistenparteien, zum Beispiel die Grüne Partei, deren Programm, ich habe mir eine Kritik angehört an dem Programm der Partei Die Grünen, das klingt so, als sei die Grüne Partei eine Partei, in der die Gehirne voll sind von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten, besonders der Sozialsparten, die von sozial schwachen Migranten leben und profitieren. Und insofern ist das sozusagen so, wir hatten immer mal gedacht, dass vielleicht eine neue Migrantenpartei entstehen wird, die dann das Land übernehmen wird, Deutschland übernehmen wird. Nein, ich vermute jetzt, das wird so nicht laufen, sondern die Grünen werden, sind die Partei, die das Land übernehmen wird, für die Migranten, in die Hand der Migranten geben wird. Denn all die Gesetzesänderungen, die die Grünen wollen, laufen darauf hinaus, dass eigentlich in Zukunft die Migranten über die Zukunft des Landes bestimmen werden, also Personen mit Migrationshintergrund, dieses Land lenken werden und die schon länger da seienden Deutschen dann also eine nicht mehr berücksichtigte Minderheit darstellen werden. Das scheint so der Trend zu sein, wenn die Beschreibung und die Zitate von den Grünen wirklich realistisch waren in dieser Sendung, die ich geschaut habe. Ja, also das heißt, ich fasse zusammen, die Sozialspartler betreiben innerhalb der Grünen und mit den Grünen die Übernahmen des Landes durch ihre Kundschaft die Sozialschwachen mit Migrationshintergrund. Das scheint der Trend und Weg zu sein. So, ich lese mal weiter vor. Oder vielleicht erst noch mal kurz die Information, was sind Sparten? Jeder Teil der Gesellschaft, der irgendwie arbeitet an etwas, dass Behörden, Betriebe, Unternehmen, Einzelpersonen, die sich in Berufsständen zusammenschließen, alles sind Sparten. Und diese Sparten hier, zum Beispiel kann man so beschreiben hier, das ist der große Kuchen, von dem alle fressen wollen. Das sind Sie, liebe Wählerinnen. Alle möchten von Ihnen Ihr Bestes, Ihr Geld und von Sie sozusagen abzocken. Aber nicht bewusst, das sind keine Verschwörer am Werke, sondern wir Menschen sind alle Bioroboter und wenn man einen Baufehler in einem Wirtschaftssystem hat, wir haben seit 400.000 Jahren das Fehlen von starken, positiven Anreizen, die unser Handeln in Richtung Gutes tun, lenken. Dann, da diese positiven Anreize fehlen und Gesellschaft ohne diese positiven Anreize nicht funktionieren kann, ist es dann so, dass die einzelnen Sparten alle etwas Schlechtes tun und ihnen Schaden zufügen, was ihnen aber Profite bringt. Also Beispiel, ein Rechtsanwalt, der einen Prozess streitig gestaltet, was ihnen schadet, aber seinem Gehalt, seinem Einkommen nutzt, der handelt eben, tut Schlechtes, ist sich aber nicht bewusst darüber. Es ist also eine Form der Nichtbewusstheit, Unbewusstes, Unterbewusstes und Verdrängtes gibt es ja nicht, aus naturwissenschaftlicher Sicht. Es handelt sich um ein Märchen, sozusagen, aber Nichtbewusstheit gibt es und jede Sparte, sozusagen, der Gesellschaft ist, weil wir Bio-Roboter sind, ist voll von Vorteilbringenden Irrtümern, die Ihnen, liebe Wählerinnen, gewaltigsten Schaden zufügen und sie ausplündern und ausschlachten und die Sparten profitieren davon. Und natürlich sind alle Parteien, in allen Parteien unterschiedlich viele Spartenmitglieder, die dann auch ihre eigenen, den Lobbyismus für ihre Sparten betreiben und bei den Grünen scheint es überwiegend die gefährlichste aller Sparten zu sein, nämlich die Sozialsparten, die dort ihren Lobbyismus betreiben und ihre Vorteilbringenden Irrtümer, quasi alle anderen Parteimitglieder auch mit ihren eigenen Vorteilbringenden Irrtümern, ihre eigenen Sparten anstecken und infizieren im Sinne von Killerviren des Geistes, parasitären Memen und so weiter. Ja, und das kann man eben auch so zeigen, wenn man das sieht als die Gesamtbevölkerung, dann ist das die Gesamtbevölkerung und hier außen, das sind die Menschen, die zur Gesamtbevölkerung gehören, gleichzeitig aber einer Sparte angehören und jede dieser Sparten versucht jetzt möglichst viel von allen anderen, also diese Sparte sucht möglich, versucht möglichst viel herauszuschlagen von der, den zu keiner Sparte gehörigen, das sind die Opfer, auf die die Jagd freigegeben ist für alle Sparten sozusagen, aber der Witz ist, dass diese natürlich auch diese als Opfer brauchen und diese Spartenmitglieder, also auch jedes Spartenmitglied ist immer auch Opfer aller anderen Sparten und jede Sparte macht Jagd auch auf die Mitglieder aller anderen Sparten und dieses wechselseitige sich schädigen kostet uns jedes Jahr mindestens 500 Milliarden Euro Schaden, die wir gerne als nextscientistforfuture.de Ihnen als Wählerinnen wieder gerne zurückgeben würden mit 700 Euro monatlich netto steuerfrei mehr Geld im Geldbeutel für Sie, liebe Wählerinnen. Ja und von daher, jetzt gehe ich mal wieder zurück und verlese so die kurzen Nachrichten mal weiter. Ja, da war ein interessanter Artikel über Slow Food, also Slow Food, da ist nicht alles verkehrt dran, das könnte man sich mal anschauen, könnten Sie sich mal drum kümmern, da ist nicht alles dumm daran. Dann das Konzept des größten anzunehmenden Verbrechers, wir hatten in der Atom-Diskussion den GAU, den größten anzunehmenden Unfall und wir, die nextscientistsforfuture, haben das ausgeweitet auch auf den größten anzunehmenden Verbrecher, also wir haben das im Blick, dass wir, wenn wir zum Beispiel so etwas wie die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme im Kopf haben, als Konzept vorschlagen, dann auch zum Thema Verfassung, ja, ich zeige das gerade noch mal, morgen werde ich ja an einer Online-Konferenz, bin ich eingeladen, zum Thema verfassungsgebende Versammlung, Gemeinwohl-Lobby teilzunehmen und wir haben ja für die, eine neue Verfassung, sechs neue Verfassungsänderungen, Punkte, neue Verfassungsteile, wobei wir die mit dem zweiten, mit der Wohlfühlstimme, alle ersetzen könnten, weil diese völlig ausreichend ist, um eine absolut, Sie, liebe Wählerinnen, also quasi die Welt dahin zu verwandeln, dass alle Ihnen, liebe Wählerinnen, dienen müssen, weil Sie sonst keinerlei Verdienstzuschüsse und Karrieremöglichkeiten, also positive Anreize, mehr bekommen, ja, und, und der einzige Schwachpunkt für den größten anzunehmenden Verbrecher, den GAF, den größten anzunehmenden Verbrecher, ist dann in höchstkrimineller Weise, Sie, liebe Wählerinnen, voll Drogen zu pumpen, die Sie zur Abgabe von besseren Wohlfühlstimmen veranlassen würden. Und das ist aber leicht zu kontern, da wir das im Blick haben, wird das nie vorkommen, denn, wenn Sie dann wissen, dass Sie lebenslänglich ins Gefängnis müssen, mit besonderer Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, das heißt, Sie nie wieder aus dem Gefängnis rauskommen, dann wird nicht einer versuchen, die Leute mit Drogen vollzustopfen, um dadurch eine bessere Ranglistenposition zu erschwindeln. Und weil wir dieses Konzept des größten anzunehmenden Verbrechers, das sorgt dafür, dass wir den Staat, die Gesetze so knallhart machen werden, dass niemand auch nur die geringste Chance hat, wirklich sozusagen das Schwerstverbrechen zu begehen, andere Menschen unter Drogen zu setzen, um bessere Wohlfühlstimmen zu erschleichen. Oder auch zum Beispiel die Bundeswahlleiter, den Bundeswahlleiter, die Landeswahlleiter zu bestechen, zum Beispiel die Wohlfühlstimmen zu manipulieren und so weiter. Das wird alles unter, wird alles mit lebenslänglich, mit besonderer Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, also für, also diese Leute werden nie wieder, die dabei erwischt werden, nie wieder das Gefängnis verlassen können. Denn, sozusagen, was bedeutet nämlich die Wohlfühlstimmen zu manipulieren? Das bedeutet, dass Menschen sterben. Das ist quasi eine indirekte Ermordung. Es ist ein Mord. Denn, wenn sie die Wohlfühlstimmen manipulieren, gehen zum Beispiel Patienten bei Krebs zu einem Scharlatan, der ihnen jede Chance auf Genesung, zum Beispiel durch gesunde Ernährung, Sport und so weiter, also durch naturtürliche Techniken der Immunstärkung, ihm jede dieser Chancen vorenthalten und dieser Scharlatan profitiert dann, aber der Mensch wird getötet dadurch. Und das bedeutet dann, dass wer die Wohlfühlstimmen manipuliert, ein Mörder ist. Weil die Folge davon, die, die ganz viele Todesfälle sind. Und das ist dann Massenmord. Und deswegen besondere Schwere der Schuld. Ja, und dann noch einmal, diese Drogeneinschleusung oder die Manipulation von Wohlfühlstimmen zu verhindern, ist ein winziger Aufwand verglichen damit, dass die Wohlfühlstimme gewaltige Schäden beendet. Ja, also die Wohlfühlstimme rettet Leben, weil nämlich durch die Leistungsmessung z.B. welche Praxen retten Menschenleben und welche Praxen töten. Dadurch, dass das ja durch die Wohlfühlstimme aufgedeckt wird, haben die Menschen die Freiheit, sich gegen die tödlichen Praxen zu entscheiden und für die lebensrettenden Praxen zu entscheiden. Und das rettet also unzähliges Leben und die Wohlfühlstimme in allen Bereichen ist sie lebensrettend. Und dafür so ein minziges Risiko einzugehen, dass vielleicht doch mal irgendjemand was an ein paar Wohlfühlstimmen manipuliert und drehen könnte, das wäre völlig unverhältnismäßig. Das wäre genauso, wie wenn sie sagen würden, gerade verbrennen meine Kinder, aber ich rufe nicht die Feuerwehr an, weil ich Angst davon habe, dass man meine Daten missbraucht. Das ist genauso absurd unverhältnismäßig. Jeder vernünftige Mensch würde die Feuerwehr rufen, damit seine Kinder aus dem Feuer gerettet werden. Und genauso ist das hier auch. Das Risiko ist winzig gering und der Nutzen, nämlich der lebensrettende Aspekt der Einführung der Wohlfühlstimme ist so gewaltig, dass alles das sozusagen, das Risiko ist so groß wie ein Pieks mit einer Stecknadel und der Nutzen der Einführung der Wohlfühlstimme ist so groß wie die Sonne. Und die ist schon gewaltig groß. Natürlich bleibt wegen des größten anzunehmenden Verbrechers, des GAFs, immer ein kleines Restrisiko. Aber im Gegensatz zum Atomthema ist dieses Restrisiko wirklich, also ich bin bereit, das jederzeit einzugehen, weil ich sehe, was mein Leben dadurch alles gewinnen könnte. Denn wir müssen uns klar sein, die soziale Marktwirtschaft bedeutet, also die Weiterführung der sozialen Marktwirtschaft ohne Wohlfühlstimme, also letztendlich die Weiterführung des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus, der beschönigend soziale Marktwirtschaft genannt wird, bedeutet garantierte, gewaltige Schädigung meines Lebens. Und ich kann die wahrnehmen. Ich weiß, dass ich hier nicht leben darf, sondern nur vegetiere, weil ich hier nur als kaufsüchtiger, konsumsüchtiger, esssüchtiger gebraucht werde von dieser Maschinerie des bösartigen Kapitalismus. Und da ist glücklich werden nicht vorgesehen, denn je unglücklicher ich werde, desto mehr Suchtkonsum lege ich an den Tag. Und das macht der Kapitalismus ohne Bewusstheit, tut er genau das und macht das richtig gut. Also man muss also neidlos anerkennen, die Massenmanipulation, das kann der Kapitalismus unheimlich gut. Das kann er fantastisch gut und schafft es auch bei mir, weil man sich damit durch Geisteskraft nicht dagegen wehren kann. Also die Tatsache zum Beispiel, dass der Kapitalismus alle Frauen zum Beispiel verklemmt macht, bedeutet ja für mich, dass ich einen Liebesmangel erleide. Also das heißt, die können nicht einfach sagen, ich denke mir jetzt den Körperkontakt mit Frauen, weil die Frauen halt durch den Kapitalismus verklemmt sind und weil ich mir das dann denke, bin ich jetzt glückselig. So funktioniert die Evolution nicht. Die Evolution ist schon cleverer. Die Evolution bedeutet, dass nur durch den echten Körperkontakt Menschen wirklich befriedigt werden können und glückselig werden können und nicht anders. So, jetzt lese ich hier mal weiter. Ich weiß nicht, wo bin ich jetzt? Wo ist der Zettel hin? Na, da ist er doch. Der Verschwörungstheoretiker hat noch einen Aspekt, den Aberglauben von der Guten, von der Gutheit, das Raubtierkapitalismus zu erhalten. Es seien nur einzelne böse Verbrecher und Verschwörer. So, ich lese das nochmal vor, weil das so wichtig ist. Der Verschwörungstheoretiker sieht zwar irgendwo den antikooperativen Anteil, aber er hat auch einen Kapitalismus-Treuen-Aspekt. Nämlich, er erhält letztendlich sich den Aberglauben von der Gutheit des Raubtierkapitalismus, indem er denkt, es seien ja nur einzelne böse Verbrecher und Verschwörer und nur die müsse man ausmerzen und dann wäre ja der Kapitalismus ganz in Ordnung. Ja? Aber dabei blendet dieser Verschwörungstheoretiker aber die entscheidende Frage aus. Wieso soll denn ein System gut sein, dass es den Verbrechern so leicht macht, Beute zu machen? Die nextscientistsforfuture.de wollen ja sozusagen das Beute machen unmöglich machen. Also unser Arbeitsziel, unserer Reformen ist, dass es eben gar nicht mehr möglich ist, auch für die schlimmsten Verbrecher und Verschwörer überhaupt noch Beute zu machen, weil das einfach dann technisch nicht mehr geht. Wir entziehen quasi den Verbrechern und Verschwörern jede Chance auf Beute. Und dann werden sie aufhören mit dem Schlechtes Tun. Ja? Und genau das ist der Denkfehler all der Kapitalismus erhalter, dass es eben ein besseres System ergibt, in dem Verbrecher gar keine Beute mehr machen können. Ja, dann ein interessanter Gmx-Bericht. Ich zitiere mal oder ich erwähne mal einige Ideen daraus. In den USA weigern sich viele trotz des moralischen Druckes sich impfen zu lassen. Und der moralische Druck ist in dem Satz beschrieben bei Gmx, ich zitiere, Profitieren von der Herdenimmunität würden zudem Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Ja? Das heißt also, trotz dieses moralischen Druckes, sie sind so stark, die anderen sind so schwach, lassen sie sich impfen, damit die Schwachen geholfen wird. Das ist ja ein moralischer Druck. Man könnte es auch eine moralische Erpressung nennen. Und dieser moralische Druck ist quasi der, der die Menschen zum Kaufen der Impfung veranlassen soll. Denn auch wenn die Leute die Impfung nicht selber bezahlen, sie kaufen sie aber über ihre Krankenkasse oder über den Staat, über ihre Steuerzahlung, es geht letztendlich darum, und das ist, das ist, was viele Leute übersehen, dass wahrscheinlich keine einzige Impfung auf der Welt gemacht wird, ohne dass jemand daran verdient. Das heißt also, letztendlich irgendjemand, also alle Bürger kaufen diese Impfung, auch wenn sie die Bezahlung über die Steuern oder über die Krankenkasse tätigen. Aber letztendlich kauft jeder diese Impfung. Und für die Verkäufer der Impfung ist das ein gutes Geschäft. Das wird den Leuten aber oft gar nicht erkennbar. Weil die ganze Welt ist voll von den Vorteil bringenden Irrtümern, dieser Sparten, die davon profitieren, und man das sozusagen aus der Geschäftswelt rausgerückt hat in einen, nee, das sind ja engelsgleiche Wesen, da geht es nicht um Profite, sondern da geht es nicht um den Verkauf von möglichst viel, sondern es sind engelsgleiche selbstlose Wesen, die uns quasi diese Impfungen schenken alle. so diese Illusion wird quasi in den Köpfen, ist in den Köpfen entstanden. Ja, und dieses sozusagen Sie, liebe Wählerin, sind so stark und andere sind so schwach und Sie müssen jetzt kaufen, da habe ich ja schon oft geschildert, das führt am Ende dazu, das gleiche Argument führt dann dazu, Sie, liebe Wählerinnen, müssen jetzt Ihre Niere spenden oder einen Teil Ihrer Leber, denn Sie sind so stark und andere sind so schwach, mit diesem Argument können wir also alle Menschenrechte auf körperliche Unversehrtheit sozusagen außer Kraft setzen und darauf entwickeln wir uns gerade hin. In den USA hätten angeblich bisher circa 43% aller Menschen mindestens die erste Dosis erhalten. Mit kostenlosen Donuts und Freibier als Belohnung für sich impfen lassen wird quasi das Geschäft der Impfindustrie angekurbelt. Wir haben also sozusagen eine totale Hörigkeit gegenüber den Vorteilbringenden Irrtümern der Gesundheitssparten. Und das alles läuft ohne böse Absicht sondern es sind Irrtümer die die alle Beteiligten glauben und dass es sich um eine versteckte oder unsichtbare Machtergreifung der Gesundheitssparten über die gesamte Weltbevölkerung handelt das ist eben fast niemandem bewusst. Da gibt es wahrscheinlich keine Verschwörer die das als kriminellen Coup geplant haben sondern das ist einfach der stumme nicht bewusste Verlauf der Evolution die läuft automatisch wenn wir sie nicht durch starke positive Anreize stoppen wird die Evolution dahin laufen dass irgendwann die Polizei mit Maschinenpistolen vor ihrer Haustür steht und sagt sie wir müssen sie jetzt mitnehmen ins Krankenhaus sie müssen jetzt eine Niere spenden oder einen Teil ihrer Leber oder irgendein anderes Organ spenden denn sie sind so stark andere sind so schwach und das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit haben wir schon lange ausgehebelt etwa 33% das ist so ein Schätzwert aus der sich aus den Angaben in dem Artikel ergibt etwa 33% also ein Drittel der US-Amerikaner will keine Impfung also 25% der Erwachsenen und da die ja auch Kinder haben und noch Angehörige haben sind das dann in der Gesamtsumme etwa jeder Drittel der Amerikaner will keine Impfung das ist ja das heißt die ahnen schon auch irgendwo dass man Konzernen und deren Profitinteressen im Raubtierkapitalismus nicht einfach blind glauben sollte und vertrauen lassen und dann wird geschrieben bei GMX Millionen Amerikaner lassen die zweite Spritze ausfallen und die Regierung leistet Überzeugungsarbeit das ist auf Deutsch gesagt Werbung für den Kauf der Impfungen denn bezahlt wird wohl unbezahlt wird wohl keine Impfung sein also letztendlich macht die Regierung Überzeugungsarbeit nennt sie es das ist aber auf Deutsch Werbung für den Kauf von Impfungen und das ist eigentlich eine Geschäftsförderung von Konzernen durch die Politik also erfolgreicher kann Lobbyismus nicht sein also man sieht wie erfolgreich der Lobbyismus der letzten Jahrzehnte war dass Politiker nichts daran finden Werbung für den Profit von Konzernen zu machen und dabei noch das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit anzugreifen so ist das die Zerstörung meines persönlichen Lebensglückes als Mitglied der nextscientist for future .de die Zerstörung meines Lebensglückes Zwecksuchterzeugung ist das nicht bewusste Wirtschaftsziel im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus und das funktioniert auch bei mir es funktioniert bei uns allen weil jeder der denkt der könnte sich zum Meditieren hinsetzen und wäre dann glückselig auch wenn sein Leben faktisch zerstört ist durch den Raubtierkapitalismus der träumt das hat keinen Realitätsbezug ja und dann Menschen werden manipuliert zu Argumente freien Unterdrückern von Wahrheit auch ja auch in den Talkshows habe ich das gesehen wenn wir die nicht moderieren und wir sorgen für Ordnung wir lassen keine Beleidigungen keine Abwertungen zu sondern nur Argumente man darf alles sagen zum Beispiel wenn jemand zu uns kommt und sagt ich glaube an den Kreationismus ich glaube dass Darwin sich geirrt hat dass das die Unwahrheit ist dann können wir sofort los diskutieren gerne denn die Hinterfragung unseres Weltbildes und unserer Reformen ist uns immer wichtig aber der Raubtierkapitalismus manipuliert die Menschen dahin hinzugehen und zu sagen nein ich habe überhaupt keine Argumente sondern ich beleidige euch jetzt einfach nur und das ist genau das was im Kapitalismus geschieht die Menschen werden durch vorteilbringende Irrtümer aufgehetzt dazu dass es in Ordnung sei auch wenn man kein einziges Argument hat sondern nur Beleidigungen und Abwertungen hat dass man diese Beleidigungen äußern darf und damit ein anderes Weltbild unterdrücken darf und wegdrücken darf ja und das ist eben auch in den Talks aktiv ich bin mal gespannt ob das jetzt demnächst besser wird weil das jetzt damit natürlich auch den Talk Moderatoren bewusster wird dass es diese Tendenz hingibt zum Unterdrücken anderer Weltbilder ohne Argumente gibt sozusagen dabei ist das was jeder aushalten muss in einer wissenschaftlichen oder echten echtwissenschaftlichen Diskussion ist dass man trotz aller Argumente es natürlich nicht auf die Schnelle schafft das Weltbild der anderen zu korrigieren sondern dass man das immer wieder wiederholen muss und immer noch ein neues Argument mit dazu nehmen muss um dann wirklich nach und nach vielleicht einen Überzeugungserfolg zu erreichen aber wie viel leichter ist es doch indem man den Überzeugungs mühsamen Überzeugungserfolg auf demokratischem Wege einfach ersetzt damit ich unterdrücke jetzt einfach mal das andere Weltbild und damit ist die Sache gelöst also das Diktatorische der bösartige Raubtierkapitalismus erzieht quasi durch die Massenmedien und so weiter die Menschen dazu dass sie dass jeder Einzelne sich zum Diktator berufen fühlt nämlich ich bestimme andere Weltsichten werden nicht geduldet die beleidigen dürfen wir beleidigen ja und das ist das ist das Gefährliche dass mittlerweile jeder Einzelne manipuliert worden ist dahin dazu sich selbst Rechte als Diktator herausnehmen zu nehmen ja das ganze Internet ist voll davon dass all die Leute die andere beleidigen diffamieren rufschädigen und was auch immer tun mit also verbale Straftaten begehen das sind alles Diktatoren ja das sind alles Diktatoren die andere Weltsichten nicht dulden wollen weil es nur was ich sage gilt so denkt der eher der Diktator sozusagen ja sind also alles kleine Stalins anderes Weltbild na dann bringe ich dich halt um das ist die Grundidee der Diktatoren und das wollen wir ja eigentlich nicht aber wir sind auf dem Weg dahinter eine Gesellschaft von lauter Diktatoren zu sein ja es handelt sich dabei eben um nicht bewusste automatische Evolutionsverläufe vergessen sie also diese Betrugsbegriffe oder Täuschungsbegriffe oder Vorteilbringenden Irrtümer Unbewusstes Verdrängung Unterbewusstsein ja vergessen sie diese Manipulationsbegriffe es gibt das nicht bewusste nämlich dass mir nicht bewusst ist dass ich eventuell manipuliert wurde durch Vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten oder auch meine eigenen Sparten und der gute Politiker beginnt erst dann wenn er wenn er sich sozusagen von den Vorteilbringenden Irrtümern seiner eigenen Sparte lösen kann und seinen Spartenberuf niederlegt dann erst kann er zum guten Politiker werden weil er sagt ich will mich nicht mehr bereichern durch die Vorteilbringenden Irrtümer meiner eigenen Sparte ich will die Wählerinnen nicht mehr abzocken ich will jetzt was für die Wählerinnen tun und dann wird er ein guter Politiker also so diese Idee dass es gut ist wenn ein Politiker seinen Beruf weiterführt ist nicht ganz unproblematisch weil der neigt dann immer dazu Politik zu machen im Sinne der Vorteilbringenden Irrtümer seiner eigenen Sparte und das bringt uns nicht weiter wir brauchen Politiker die versuchen sich von allen Vorteilbringenden Irrtümern aller Sparten zu befreien und das würden wir gerne dazu würden wir gerne der Basis und an den anderen Parteien verhelfen aber das ist eben sehr schwierig weswegen unsere 56% Frage bitte noch mal lesen über allem stehen muss ja sehr viele Klicks haben die sich Irrenden also es ist halt so dass wenn sie irgendwo sehen dass jemand Millionen Klicks hat für seine Sendungen im Internet Fernsehen dann müssen sie davon ausgehen dass er wahrscheinlich wahrscheinlich zu den sich irrenden Personen gehört denn die zu die meisten Zuschauer hören am liebsten die Irrtümer an die sie selber glauben und deswegen gibt es leider Millionen Klicks zahlen immer nur für Irrtümer es sei denn es wird irgendwann tatsächlich für die Wahrheit der Next Scientist for Future und des Weltrates als irgendwann vielleicht gibt es dann doch mal einen Weg dass auch die irgendwann ein paar Millionen Klicks kriegen aber sehr wahrscheinlich ist das nicht in einer Welt der Gehirnwäsche durch vorteilbringende Irrtümer der Sparten ist die einzige Wahrheitsinstanz ein einsamer Rufer in der Wüste zumindest eine lange Zeit es ist also ein mühsamer Weg des einsamen Rufers in der Wüste weil eben so auf die schnelle Millionen Klicks eigentlich nur Irrtumsträger bekommen und Irrtumsverbreiter weil die Zuschauer am liebsten die Irrtümer hören mit denen man sich schon vorher manipuliert hat eine Endmanipulierung ist etwas sehr Anstrengendes also die V-I-A-T die vorteilbringende Irrtümer Abbautherapie die genau der Gegensatz der Psychotherapien ist und die einzige Technik ist mit der Psychotherapeuten in Zukunft noch überleben werden können weil sie eben nicht mehr durch Erzeugung von Dauerpatienten profitieren können in Zukunft nach den Reformen sondern nur noch dadurch dass sie die Menschen befreien von den vorteilbringenden Irrtümern also sozusagen die sogenannte Neurose hat es nie gegeben sondern es hat immer nur gegeben dass die Gehirne voll sind von vorteilbringenden Irrtümern und die zerstören Leben das Leben der anderen und das eigene Leben ja und die Intensivmediziner die regieren ja im Moment das Land weil wenn ein Intensivmediziner sagt ich habe die Betten belegt und die Leute die ich in die Betten reingelegt habe die waren wirklich 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 schwerst krank dann damit bestimmt er über sein eigenes Gehalt und das ganze Gehalt aller Gesundheitssparten ja also im Moment regieren die Intensivmediziner die Welt ja und dabei haben die vorteilbringenden Irrtümer dazu geführt dass man das gute Geschäft dabei gar nicht sieht ja wir sind also die Bevölkerung ist blind gemacht worden dafür durch die vorteilbringenden Irrtümer durch die Gehirnwäsche durch die vorteilbringenden Irrtümer eigentlich ganz nüchtern zu sehen aha für die Intensivmediziner ist das ein Bombengeschäft ein gutes Geschäft und warum soll ich jemandem der gerade ein gutes Geschäft macht auch nur ein Wort glauben der wird mir das blaue vom Himmel mir herunter fantasieren weil eben nur damit sein Geschäft weiterhin so brummt wo ist da wo kann da Wahrheit sein nirgends die Sozialsparten und das Geschäft mit Migranten das habe ich aber schon erwähnt die Sozialsparten führen natürlich wie ich ja vorhin schon gezeigt habe ihren ihren Krieg den Krieg durch vorteilbringende Irrtümer gegen die naturwissenschaftliche Wahrheit zum beispiel mit der dem vorteilbringenden Irrtümer alle neugeborenen seien ja Genies und gab es auch gestern wieder in der Talkrunde ja ist doch kein Problem wenn die sozial Schwachen viele Kinder bekommen mit guter Bildung werden die doch alle zu Genies das ist aber genau der Irrtum Sozialschwache haben im Durchschnitt auch die kleineren Gehirne und die weniger leistungsfähigen Gehirne und und wenn man jetzt Bildung an die Kinder gibt und jetzt die beste aller möglichen Bildung gibt dann werden die Kinder von leistungsfähigen Menschen im Durchschnitt sich noch weiter von den anderen Kindern entfernen weil die sozusagen von einer Bildungsmaßnahme zehnmal so viel profitieren wie die Kinder mit dem weniger leistungsfähigen Gehirn das heißt also dass der größte vorteilbringende Irrtum der Sozialsparten die völlig von der Naturwissenschaft schon tausendfach widerlegte Illusion ist dass alle Neugeborenen potenzielle Genies sein dass also die Gehirngröße und die genetische Gehirnsteuerung überhaupt keine Rolle spiele man könne also die Leute die sich nicht selbst ernähren können ruhig Massen an Kindern bekommen lassen weil die aus denen kann ja die Bildung dann alle Genies machen die Wahrheit ist wenn ein Kind hier geboren wird also das Kind von sehr leistungsfähigen Gehirnträgern ist wird es selber tendenziell auch mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit ein sehr leistungsfähiges Gehirn haben und wenn ein Kind zum Beispiel hier geboren wird und dann geben wir die optimale Bildung drauf dann wird das von seiner Fähigkeit her Arbeitsplätze zu schaffen zum Beispiel hier landen wird also zu den Fähigsten des Landes gehören in Bezug auf die Fähigkeit Arbeitsplätze für andere zu schaffen während wenn sie hier ein Kind hier geboren wird hier geboren wird also ich habe ja eben hier gezeigt und hier dann können sie da die Superbildung drauf schütten aber die Leistungsfähigkeit Arbeitsplätze zu schaffen für andere wird nur minimal steigen dahin sozusagen oder überhaupt einen nützlichen Beitrag bleiben wir mal lieber beim einfach einen nützlichen Beitrag für die Gesellschaft liefern die die klettert wenn sie die ideale Bildung drauf schütten springt von hier nach hier weil weil diese Leute zehnmal so viel profitieren können aufgrund ihres leistungsfähigeren Gehirns von der guten Bildung wie die hier die können von dem nur ein Bruchteil aufnehmen und deswegen können sie mit optimaler Bildung bei diesen Kindern sozusagen nur eine kleine Steigerung der Leistungsfähigkeit für die Gesellschaft erreichen und das ist naturwissenschaftlich das steht so sicher wie das Armen in der Kirche das ist in Stein gemeißelt das ist in Beton gemeißelt das ist eine absolute Tatsache aber die Sozialsparten leugnen diese Tatsache und manipulieren uns dahin dass wir sagen nö es ist völlig okay dass hier die Kinder bekommen werden in der Gesellschaft Arbeitsteilung quasi die Karriere Frauen kriegen keine Kinder mehr die Professorin kriegt keine Kinder mehr die Akademikerin kriegt kaum noch Kinder aber hier kriegen wir dann halt die Kinder ist eine gute Arbeitsteilung aber dass in Wirklichkeit hieraus lauter Sozialfälle resultieren weil die alle niemals in der Lage sein werden ihr eigenen Lebensunterhalt verdienen zu können sondern immer auf Kosten der anderen leben werden dadurch hat dann die Sozialsparten ganz viele neue Kunden und können hier also quasi als die Sozialspartler können also hier ständig neue Kundschaft sich produzieren und sich daran bereichern und daran ihre Karrierechancen vergrößern Das ist auch der Grund warum die Sozialsparten zum Beispiel die Arbeitsamt Mitarbeiter alles dafür tun die vorteilbringenden Irrtümer zu verbreiten Mindestlöhne seien eine soziale Politik In Wirklichkeit führen Mindestlöhne dazu dass es Massenarbeitslosigkeit Massenlangzeitarbeitslose gibt und davon profitieren wieder die Arbeitsamt Mitarbeiter als Teil der Sozialsparten So ich lese mal weiter Ab Ja in diesem Sinne führen die Sozialsparten einen Informationskrieg mit Hilfe ihrer vorteilbringenden Irrtümer gegen die naturwissenschaftlichen Wahrheiten Ja Früher Früher haben wir selbst plädiert für die United States of Europe mit der europaweiten Sprache Englisch weil das vieles vereinfachen würde und so weiter aber das sehen wir mittlerweile eigentlich als ziemlich unwichtig und uninteressant an Wir denken lieber daran die 16 Bundesländer oder mindestens 8 Bundesländer also aus 16 könnte man ja 8 große machen ja 8 etwa 8 brauchen wir damit die Wählerinnen eine Vergleichsmöglichkeit haben nämlich in dem in den 8 Bundesländern sind vielleicht 8 verschiedene Koalitionsregierungen an der Regierung oder in einzelnen Bundesländern davon auch einzelne Parteien an der Regierung und dann können die Wähler gucken aha die Wohlfühlstimmen der Wählerinnen im Bundesland Baden-Württemberg entwickeln sich schlechter als im Bundesland Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich ist es realistisch gesehen eher umgedreht aber und es spielt keine Rolle auf jeden Fall können sie dann sagen ich wähle in Zukunft in meinem eigenen Bundesland auch nur noch die Partei die in den anderen Bundesländern für die beste Entwicklung bei den Wohlfühlstimmen in Richtung Verbesserung der Wohlfühlstimmen der Wählerinnen gewirkt hat ja und eigentlich brauchen wir nur diese Verfassungsänderung nämlich die Einführung der Wohlfühlstimme und dann haben wir eine perfekte Gesellschaft eine bestmögliche Gesellschaft denn dann muss jeder jede Sparte der Gesellschaft einschließlich des Politikers der Politikersparte der Journalistensparte der Mediensparten alle müssen sie ihnen liebe Wählerinnen dienen denn wenn sie keine bessere Wohlfühlstimme abgeben als Kunde dieser Leute dann gibt es keine Verdienstzuschüsse und keine Karrieremöglichkeiten mehr für diese Leute ja und das ist der Punkt ja ich glaube das war es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute ich wiederhole also nochmal unsere zentrale Frage die über allem steht die wir jetzt in jede Situation mitnehmen müssen weil es anders dann doch nicht funktioniert weil weil eben die Wählerinnen zu 56% von unseren Reformen überzeugbar sind aber wir haben übersehen dass in den Parteien keine Wählerinnen sind sondern in den Parteien sind eher Lobbyisten Lobbyisten ihrer Schwarten da sind offensichtlich bei der Basis die hat offensichtlich ein Problem damit dass sie viele Heilpraktiker Lobbyisten in der Partei hat dass sie viele Rudolf Steiner Anthroposophie Lobbyisten in der Partei hat und das sind keine Wähler sondern das sind Lobbyisten und Lobbyisten die voll sind von ihren vorteilbringenden Irrtümern ihre eigenen Sparten die können sie nicht überzeugen mit guten Reformen die sind dagegen resistent die können sie nur versuchen zu gewinnen für eine Karriere als guter Politiker indem sie ihnen immer wieder die 56% Frage stellen und zwar sind meine Reformkonzepte und Weltvorstellungen die Folge von vorteilbringenden Irrtümern auch von Sparten besonders auch meiner eigenen Sparte und können sie sich auch diese Frage stellen lieber Politiker lieber Politiker sie wollen doch ein anderer Politiker werden als die Politiker der Altpartei können sie sich selber die Frage stellen oder 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 anderen Mitgliedern der Parteien und den Next Scientists for Future die Frage stellen bitte sagen sie mir sind etwa meine Reformkonzepte die Folge von vorteilbringenden Irrtümern auch von Sparten beantworten sie mir bitte diese Frage ehrlich weil ich möchte als Politiker nicht einfach nur ein Lobbyist bestimmter Sparten sein sondern ich möchte eigentlich ein Diener der WählerInnen sein und nicht ein Lobbyist von bestimmten Sparten ja und das wird die Frage sein bei wem wer wirklich ein echt guter Politiker werden will und wer eigentlich ein Lobbyist irgendeiner Sparte bleiben will entweder seiner eigenen oder irgendeiner anderen Sparte die ihn erfolgreich durchmanipuliert hat also diese Frage werden wir wohl noch einige Zeit noch in den Vordergrund stellen müssen weil ich glaube wir haben keine Chance und ich kann ja den Erfolg berichten wenn Sie die letzten Tage die Veröffentlichung zurückschauen den Talk mit dem Mitglied von Die Basis Deutschland sie hat sich nach der Sendung und schon am Gegenende der Sendung quasi positiv geäußert dass sie eben aus der Sendung entnommen hat dass sie jetzt sich selber stärker hinterfragen muss sich selber auf eigene vorteilbringende Irrtümer anderer Sparten hinterfragen muss aber auch besonders auf die vorteilbringenden Irrtümer ihrer Ernährungsberater Sparte hin überprüfen muss und genau so geht's genau wer das kann kann ein guter Politiker werden und alle anderen bleiben schlechte Politiker ja ich glaube das war's für heute tschüssi bis bald oh ist doch ziemlich lang geworden ein zwei 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 Vielen Dank.